Wer will die haben? Nussi, oder wer will die haben? Oder willst du die haben? Ich habe zwei Ecken, keine Sorge. Oh ne, hier ist wieder dieser Riemen. Cutwolf ist eben gerade reingekommen. So, was habe ich noch? Ich könnte abgeben, Stein und Dreck. Ne, behalte mal dein Zeug. Steine? Steine könnte ich auch nehmen. Ich habe auch noch was von Ali bekommen gegen Huhr, nämlich gebrackenes Schwein. Natürlich Halal. Papa, ich tausche dir meine Steine ab gegen etwas anderes. Okay, das baut mich Nussi erst mal ein. Nussi, du fliegst gleich vom Server. Nein. Nussi, was willst du denn haben? Ich weiß nicht, ich könnte gebrauchen ein paar Pfeile oder so. Du meinst Speere? Ne Pfeile. Ne Pfeile habe ich nicht. Ich kann dir... Dann gib mir mal ein paar Sticks. Sticks? Ja, ein paar Stecker. Jede? Hast du Horn gebraucht, dass du Sticks geben kannst? Ja, was ist? Ja. Für dich. Das hat Nussi die Sticks eingesammelt. Oh, Nussi. Oh. Blümchen. Blümchen? Warum kommst du bei mir vor, mein Junge? Ey, ich höre ja bei jemandem ein vibriertes Telefon. Bei jedem einzelnen Schlag. Ja. Ich höre das. Ich höre deine Steine. Achso, stimmt. Du wolltest mir Steine geben. Jetzt liegen sie hier rum. Oh oh. Was war das hier? Was? Was war das? Ich habe hier irgendeinen Monster gehört. Nussi macht immer so eine Wellen, ey. Bleib doch entspannen. Ich bin bei dir. Das ist bei mir, glaubst. Ich bin bei dir. Ja. Bleib. So, was mal auf. Ich misse mal schnell. Was soll das? Die töten sich alle umsonne. Das nehme ich raus. Ja. Das kannst du wohl nicht bauen, oder? Was kann ich nicht? Warum nicht gleich 100 Safe? Ach Mist. Vielleicht muss ich jetzt auch ein paar aufbauen. So. Zwei ist okay. Völlig in Ordnung. No. Ja. So, jetzt habe ich noch meine Haarecke. Wo ist meine Haarecke? Warum kriege ich hier die ganze Zeit B? Ich habe keine Hacke jetzt. So ein ärgerliches Ding hier. Äh, ich habe auch keine. So. Auf jeden Fall kann ich erst mal hier oben reinfallen ins Wasser. Äh, warte mal, äh, Dings. Da war doch eine Nebel. Wir brauchen Hühner hier. Wir müssen Hühner hier herlotsen. Oh. Wer hat denn jetzt schon wieder einen Korpis her gesetzt? Ach, Kribi Wabo ist auch da. Moin Moin. Ey, jetzt bin ich hier rumgesprungen erst mal aufs Bett. Ey, braucht einer von euch Eisenschwert? Küche-Fan? Braucht Eisenschwert? Ja, ich bin auch Eisenschwert. Nö. Ja, dann komm zu mir. Ich bin Ali Turko, komm zu mir. Ich geh, warte, wo bin ich denn? Ich bin da auf Berg, Junge. Voll fit. So, jetzt hab ich, ähm, mhm. Ich bin hier, Junge. Ich bin hier. Bei diesem schönen Haus und so. Bei dieser Lampe. Ich hab noch diesen schönen Haus drauf. Bei dieser Lampe. Nur sie braucht Eisenschwert. Kohle. Ach, ich hab doch eine Horacke. Da bin ich in Death. Ich hab verfolgt. Ich hab verfolgt. Von was hast du denn? Von verfolgt? Von Quatschi. Von Quatschi. Von Quatschi-Fan? Guck was ich hab. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Du weißt, Ali hat ein Superschwert, ne? Er kann noch eins machen. Und ich hab einen Quatsch hinterher. Übrigens sind meine Safes voll. Wollte ich schon mal erzählt haben, ne? Ich brauch also durchaus noch mehr Safes. Zuckerrohr. Ich hab euch ein bisschen Material besorgen. Pass auf. Wir müssen mal das entsprechende Zeug finden, damit wir runter in die Hölle kommen. Da muss es... Ja, nee, ich finde. Ich bin der jungler. Wir müssen das sein. Naja. Wir brauchen dafür erstmal einen Wassereimer. Und dann brauchen wir auch Labereimer. Und wir brauchen... Ich hab Eimer. Ich hab Wassereimer schon. Irgendwo ist grad was explodiert, würd ich sagen. Hab ich was gehört. Oh, nee. Wir sind nicht bei unserem Haus. Ich hab nur was Knallen gehört. Und da sind vier Mann, die da oben ganz wild rumrennen. Darfu und Creepy und Quatschi-Fan rennen hier ganz wild rum. Darfu und Creepy! Kannst du den Talk-Channel bitte größer machen? Ich hab bitte geschrieben. Kannst du mal bitte den Channel rufen? Ach so, ich ruf mal den Creepy mit bei uns in den Channel rein. Eine Sekunde. Ich weiß wie ich denn hier her. Ich weiß wie ich denn hier her. Küttchi, das ist ja deutlich zu klein. Ja, das ist richtig. Aber wir haben es ja erlebt. Der Ali kann euch ein Lied davon singen. Nicht Ali, wie ist das, wenn ich den Channel jetzt für 20 Leute erlaube? Erzähl mal. Also, das will niemand hören. Das will niemand hören. Das will niemand hören. Das will niemand hören. Das will niemand hören, Digga. Hallo. Das ist so wie... Unbeschreiblich. Hey. Quicchi? Ja. Ich bin auch da. Ja, moin moin. Ich mach jetzt mal. Ich erlaube jetzt mal hier in Zukunft ganze... Wir machen mal. Ich bin da einfach hardcore. Boah, 15 Leute. Nee, das geht nicht. 15 ist Quark. Das bringt eine Sperme. 10. 10 Leute können wir jetzt mal hier reinlassen. So. Was ich von Ali Torko bekommen habe. Was hat er denn schon gekrackt hier? Zeig doch mal. Hier in meiner Hand. Das Eisenschwert. Ja, super. Was? Littles wird verfolgt? Littles wird verfolgt? Wo ist er? Littles wird verfolgt? Achso, von Quatschi-Fan. Das ist... Achso. Ich dachte, die hätten sie hier bringen ein Ei mit oder so. Boah, ich hab was aus deinem Fisch bekommen. In der Schule geht es eben auch so. Die ganzen Mädelsrennen nehmen hinterher immer. Das ist so. Ja, ja. Das ist genau deine Schule. Ich hab meine Knutschtanten. Die Knutschtanten kommen da, sagt er immer. Sag mal Hallo. Hallo. Pass auf, wer ist denn da? Du musst die Lautstelle kurz nachregulieren. Achtung, eine Sekunde. Ja, ich will ein YouTube-Video machen für meinen Kanal weiter. Na, dann mach doch. Ja, mach ich. Wollte ich die ganze Zeit schon machen. Ja, ich hab... Huch. Wer hätte das gespielt, wenn mein... Ah, Hilfe! Der passt. Dann fäng ich nochmal mit dir rum. So, wir haben jetzt hier drinnen einen Creepywabbo. Wie sieht es denn da lautstärketechnisch aus? Creepy, kannst du uns hören? Ja. Klar und deutlich. Klar und deutlich. Du bist aber fast ein bisschen zu laut. Ich hab den Sperrwerfer getötet. So, dann haben wir... Den Erik, den haben wir gemutet. Dann haben wir Cat-Wolf ist auch gemutet. Herr, wo darf ich mein Haus bauen? Mit wie? Bau einfach irgendwo ein Haus. Mit wie? Ich hab gerade einen Sperrwerfer getötet. Einen Sperrwerfer hast du platt gemacht? Ja. Das ist ja nice. Das... Das Diamantschwert hat spezielle Effekte. Und hier sehen wir immer fünf so ne Mänder und mindestens ein Bränder. Okay. Okay. So, was auf. Ich geh jetzt bei DAFU im Haus wieder runter und buddel da bissl rum. Da hab ich meine Ruhe. Fiji-Fan. Der hat das für eine Höhle. Ja, man klopft. Was bei DAFU gibt's eine Höhle oder was? Ja, die ist so 50 Kilometer. Da hab ich alles Diamant und Eisen gefunden. Was ist das denn hier? Sag mal, jetzt bin ich falsch. Was ist denn Jens, Lutz? Ah, ich sterbe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, war das knapp. Ich verpiss mich einfach unter Tage, da kann mir nichts passieren. Ihr könnt euch ja gerne da oben mit den Gegnern rumstreiten. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Wie viele Leute haben... Keine Ahnung. Wo kann ich mein Haus bauen? Irgendwo. Such dir irgendwo ein schönes Plätzchen. Aber den Bauern nicht klauen. Was ist das eigentlich hier für ein Zwerg? Oh je. Ähm, falls die, die ihr das Spiel jetzt noch nicht kennen, ja. Wenn da ein Ei rumläuft, dann ist das, ähm, das ist kein Osterei. Das ist ein eindeutiger Zerstörer. Ja. Es hat, es hat auch eine schöne Überraschung drin, aber die, es lautet. Das war doch bei Schnitzel so, der hat sein Haus aufgebaut und dann, ähm, ist da ein Ei drin gewesen. Genau. Oder nicht? Ja, da ist ein Ei drin gewesen und das hat das Haus dann weggeschnitzelt. Ähm, beim Händler kriegt man die. Okay, des Nachtes kommt der Händler und wenn du Level hast, kannst du zum Händler gehen und da gibt der dir das. Ach, das ist hier ein Level, Junge. Das heißt, die Level, ich würde die Sterne aufheben. Die Sterne haben also folgende Vorteile. Du kannst vom Händler Sachen dafür kriegen, aber genauso kannst du, wenn du irgendwo stirbst, ohne deine Sachen zu verlieren, neu respawnen. Und dafür würde ich mir mindestens drei Sterne aufheben hier. Ja, okay. Ich hab genau drei Sterne. Das ist gut. Ähm, Geschenke, da musst du, warte mal, wir wollen das jetzt gleich. Ich guck mal schnell rein, da gehst du in... Ah, du gehst, du gehst in dein Inventar und da hast du unten links so eine Kiste. Könnten wir ja mal reinziehen. Okay, alles gut. Dankeschön. Ähm, Quitschi, du stehst grad vor. Cool. Hä? Was ist denn? Umharm Cape? Keine Ahnung. Leider kann ich immer noch nicht irgendwelche schönen Sachen einkaufen, weil ich keine Münzen habe. Diese komischen, dieses goldene Geld da oben. Ich werde auch mal mit den Händlern, die Händler werden wir uns mal auf unsere ID ein paar Münzen schicken müssen, damit wir geile Skins anziehen können. Da werde ich doch mal was hinschreiben an die Entwickler. Da kann man so ein schönes Pferd kaufen. Aber ich habe ja wirklich nur grüne Eier, ich habe keine gelben Münzen, das ist natürlich ärgerlich. Ich habe auch noch grüne Eier. Und sie bekommen nur einmal mehr. Ah. Ich stehst gar nicht vor mir. Ja. Ja. Wo bist du? Ah, ich bin unten im Keller. Ich gucke mir gerade an die Skin-Pakete. Du kannst ja noch Rollen kaufen. Also wir haben ja entweder Kaka oder Nini im Moment. Ja. Und zum Beispiel, wenn du zum Beispiel, zwei, wenn, genau. Wenn du zum Beispiel 150 Knochen gesammelt hast, kannst du noch so ein Mädchen namens Chief freischalten. Oder wenn du 250 mal TNT hast, kannst du den Wild Kid freischalten. Und dann haben wir noch den Captain Tom mit 150 so komischen T-Shirts. Oder mit 200 T-Shirts, die Agent Laura waren. Ich habe 30 Mal Fisch gefangen. Warte mal, ich gucke gerade mal, ob Fisch dabei ist. Nee, Fisch ist nicht dabei. Fisch ist nicht dabei. Nee, Papa, was hast du gerade in der Hand? Verliert man eigentlich die Sterne? Wiss ich nicht. Ja, wenn man stirbt. Aber wenn du stirbst, kannst du auch für einen Stern dein Inventar behalten. Ja, Papa, was hast du gerade in der Hand? Ich weiß es nicht. Schreib doch mal, was das ist, was du gerade in der Hand hast. Ich mache doch gerade was Wichtigeres. Okay, Erik schreibt, es leckt. Warte mal, ich werde mal kurz... Was ist wichtiger als dein Sohn, Dinger? Ja, ja. Was ist wichtiger? Ich habe gerade Geschenke mir angeguckt. Der Kollege, Erik, sagt, es leckt. Leckt es bei euch allen so doll? Nein. Nein, bei mir leckt es kein Stück. Ja, bei mir auch nicht. Ich setz mal die Bitrate runter. Ich bin gestorben. Nice. So, jetzt habe ich... Was für eine Frechheit. So, ich habe so einen blauen Stein in der Hand, Littis. Kannst du mir... Papa, was ist denn das für ein Stein? Guckst du dir doch mal an? Das ist sowas wie Redstone. Bei Minecraft ist das Redstone. Und hier sind das diese blauen Steine, guck mal. Die kann man mit einer Eisenspitze abbauen. Ich habe schon Redstone Fackeln. Klapp schon. Ja, da kannst du eine Art Redstone Fackeln draus machen. Können wir das nicht so machen, dass die Leute, die sich gerade gemutet haben, nicht rausgehen können? Denn zum Beispiel dieser Firewolf Boy möchte reinkommen in den Talk Channel. Ich verhör mich ja die ganze Zeit. Das sind zum Beispiel Erika D., da der eh gerade hier nicht... Gut, er redet... Aber er hört uns ja zumindest zu. Stimmt, er hört zu. Wieso ist da ein Loch drin? Wo? Wo ist jemand ein paar... Wo ist jemand ein paar... Holzblitte? Bei Ali ist eine dünner Bude. Wüsste ich auch nicht. Ey Ali, stimmt, du kannst eine dünner Bude bauen. Mach mal einen dünner Kip-Abstand, ey. Ja. Mach mal... Da gibts aber dann Fisch, ne? Schisch Kip-Ab mit dünner scharfe Soße. Bei meiner Bude ist kein Loch. Bei meiner Bude ist kein Loch. Ich hab Dress Up Cards, guck dir das an. Ist mittelst nicht dein Sohn? Ja. Nein. Hallo. Er ist ja... Der hört ja ohnehin... Ah ne, stimmt, der kann ja hier... Ah ne, gut, ja gut. Äh... Pass auf, ich klär das mal. Ich gucke mal schnell. Erik? Du kannst ja einfach ein Slot mehr machen. Genau, das hast du richtig erkannt. Firewolf freut sich nämlich schon die ganze Zeit mit dir zu plaudern. Ja. Ja. Der ist schüchzig, ne? Ich hoffe, der ist schüchzig dann nach dem. Der Ali wird sich riesig freuen, wenn wir noch mehr dein richtiges Gespräch führen. Ja. 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 Wie, wie, wie? Ich kann mal kurz nach rechts quitschen. Ich bin gerade, warte, ich war gerade im Discord. Jetzt bin ich wieder am Spiel. Warte, ich sammle mir kurz noch die Sachen hier ein. Und nein, mein iPad geht aus, ich muss ein Ladekabel holen. Ah, iPad. Das war der Fehler. Wohl schnell. iPad. Ja. Kein Stress. Kein Stress. Kein... Warte, was noch? Kein Stress. Ich hab noch morgen frei, kein Stress. Ich hab einen Block von dir geklaut, Fritschi. So. Es hat die Waschmaschine... Ich hab einen Block von dir geklaut. Du hast mir einen Block... Wie hast du mich beklaut? Fritschi. Ich hab mich schnell reingeschissen, hab den Block weggenommen und bin wieder abgehauen. In meinen Rucksack passt wohl nichts mehr rein, wie es aussieht hier. Oh. Ich hab kurz den Stein eingesammelt und bin dann wieder abgehauen. Oh. Oh. Ich hab Schweineeier. Oh. Juhu. Warum? Warte, ich mach jetzt... So. Akku gerettet. Hey Nuzi. Hallo. Was war denn das? Oh. Hallo. Was war das denn für eine? Hallo. Tutschi. 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 Hallo. Warte, 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 ich kann nicht stören. Oh, warte mal. Äh. Loll. Sebastian, okay. Loll. Jetzt muss ich... Jetzt muss ich erstmal gucken, äh, die Lautstärken. Loll. Firewolf, hallo, herzlich willkommen. Mein Gott. Loll. Ich kann einen Rot in Plakar stellen. Das ist schön. Warte, du machst da einen? Oh. Wieso... Wieso lasst du den denn nicht ausreden? Ich kann dich nicht verstehen. Was bringt denn hier ein? Warte. Ja, warte, so. Ach so. Lasst doch meine Firewolf ones erzählen. Laser, was ist los? Lidls. Lidls. Ja. D tutti. Hi. 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 Dafür braucht man manchmal 10 Anläufe. Hi, ist los. Ich will Chile, du solltest du nicht braten.